Das nagt an ihm, Kingsley Coman nicht so effektiv wie seine Nebenspieler. Kingsley Coman ist normalerweise ein Stammspieler des FC Bayern München. Thomas Duchel erklärt, warum er den 27-Jährigen immer noch schätzt. Kingsley Coman ist vom Können her ein hervorragender Spieler, aber er ist nicht so effektiv wie die Nebenspieler. Der französische Spieler zeichnet sich durch seine Schnelligkeit am Ball, seine Technik und vor allem seine Dribbling-Fähigkeiten aus. Das einzige Problem ist mangelnde Effizienz. In neun Spielen der laufenden Saisons erzielte er kein Tor und lieferte lediglich eine Vorlage, darunter auch beim 7-0-Sieg gegen den VfL Bochum. Am Ende kann er sich nur belohnen, sagte Trainer Thomas Duchel. Er bringt sich in genügend Situationen hinein, trainiert gut, hat die richtige Einstellung und Herangehensweise. Das spiegelt sich einfach nicht in der Leistung des Linksaußens wider. Zum Vergleich, rechts außen Leroy Sané hat in zehn Spielen sechs Tore geschossen. Coman ist ein fleißiger Spieler, er ist jemand, der in Sachen Vorbereitung und Zielsetzung allen anderen hinterherhängt. Er weiß das und ich denke, das hat ihn ein wenig zermürbt, sagte Tochen. Das ist es. Allerdings ist Coman unter ihm grundsätzlich Stammspieler. Als Begründung nannte der Trainer, wir kennen den Wert von Kingsley schon seit vielen Jahren. Er ist ein äußerst fleißiger Spieler und sehr schwer zu verteidigen. Auch Coman hat viel für die Mannschaft geleistet, er hat auch gerne die fiese Defensivarbeit übernommen. Die Starter klagt los, obwohl er sich vom Status her naturgemäß eher als Angreifer verstand. So etwas geht in unsere Rezension ein. Aber er tut es. Wir schätzen es wirklich, dass Kingsley ohne Ege spielt. Tuchel kennt Comans emotionale Verfassung, es regt ihn auf mit Blick auf das Tor machte Tuchel Coman Mut, natürlich ist ihm das unangenehm. Er hat andere Ansprüche. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die Zahlen erreicht, die er in den letzten Jahren in Bezug auf Ziele und Vorbereitung erreicht hat. Seine acht Tore in der letzten Bundesliga-Saison waren die beste Summe seiner bisherigen Karriere. Allerdings war das Finishing nie seine größte Stärke. In den Vorjahren hatte er in einer Saison nie mehr als sechs Tore geschossen. Sieben seiner acht Tore in der Bundesliga der vergangenen Saisons fielen in der Rückrunde. Coman hoffte, direkt darauf aufbauen zu können. Ich denke, dass ich in der zweiten Saisonshälfte deutlich besser in Form war als in der ersten, aber leider lief es für die Mannschaft insgesamt nicht so gut. Wenn ich also in beiden Teilen der Saisons gleich gut spiele und dazu beitrage, dass unser Team in Tupform kommt, dann wird es eine erfolgreiche Saison, sagte er diesen Sommer in einem Interview auf der Website des Teams. Auch der frühere Bayern-Trainer Nagelsmann wünscht sich mehr Tore von Coman. Das Problem der Ineffizienz ist nicht neu. Auch der frühere Bayern-Trainer und aktuelle Nationalspieler Julian Nagelsmann lobte Comans Potenzial während seiner Amtszeit und sagte, für mich ist er einer der zwei, drei besten Flügelspieler der Welt. Allerdings hatte er zuvor die fehlenden Umwandlungsmöglichkeiten kritisiert und damals erklärt, er hat sehr gute Todzahlen, was meiner Meinung nach in den letzten Jahren zu zu wenig Toren im Tournee geführt hat. Denn wenn Coman punktet, sind die Tore oft wichtig. Seine insgesamt 38 Bundesliga-Töre verteilen sich auf 33 Spiele. 32 Spiele gewonnen. Lediglich ein Bundesligaspiel, in dem Coman traf, endete unanschieden, November 2020, 1 zu 1 gegen Werder Bremen. DFC Bayern und Coman selbst dürften umso mehr darauf hoffen, dass er in Zukunft häufiger punktet.